Ich bin Andreas Schneider, Geschäftsführer der NET Aachen. Unser Herz schlägt für Aachen, weil wir mit Aachen unzertrennlich verbunden sind. Über unsere Glasfaserleitungen unter der Erde, über unsere Kunden und Mitarbeitern, die hier leben und arbeiten und über die vielen Veranstaltungen, die Aachen so lebenswert machen. Kommt mit auf eine kleine Tour durch Aachen. Unser Herz schlägt für das NET Aachen Domspringen, denn hier auf dem Katschhof treffen Sport und Emotionen in bester Art und Weise aufeinander. Wisst ihr, dass hier der deutsche Rekord im Stab-Hochsprung von Björn Otto gesprungen worden ist? 6,01 Meter. Viele Veranstaltungen müssen in diesem Jahr leider ausfallen. Um ein wenig die Zeit zu überbrücken, bis zum nächsten Jahr, haben wir ganz viel zusammengefasst in der NET Aachen Sonderbeilage zu Bad Aachen im August 2020. Unter anderem dabei natürlich auch die Kurpark Classics. Unser Herz schlägt für die Kurpark Classics und viele andere kulturelle Events, denn was wäre das Leben ohne Musik und Theater? Das Tschiu und NET Aachen uns verbindet mehr. In diesem Jahr digital vom 4. bis zum 9. August. Aber die Vorfreude steigt auf nächstes Jahr. Schaut doch mal in unser Gewinnspiel. Unser Herz schlägt für den Abenteuerspielplatz zum Kirschbäumchen und viele andere soziale Projekte in Aachen, denn der Zusammenhalt miteinander ist das Wichtigste, was es gibt. Ich hoffe, unsere kleine Tour hat euch gefallen. Mehr über Aachen findet ihr in der aktuellen Ausgabe der Bad Aachen und in der Sonderbeilage von NET Aachen.